Die Eltern von Parker waren gespannt auf die Ankunft ihres Sohnes, aber als er schließlich geboren wurde, geschah etwas Erstaunliches. Schau mal! Aber bevor du weitermachst, vergiss nicht, das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren. Parker kam mit einer seltenen Bedingung zur Welt, der Wasserkopf Hydrocephalus, bei dem sich Flüssigkeit aus dem Rückenmark im Schädel ansammelt. Aufgrund dessen nahm sein Gehirn nur 5% des Schädelraums ein, während diese Proportion bei einem normalen Baby zwischen 90 und 95% variiert. Angesichts dieser Situation beschlossen seine Eltern, eine erstaunliche Entscheidung zu treffen. Obwohl es ungewöhnlich war, hörten sie nicht auf, ihn zu lieben. Ich war die ganze Zeit an seiner Seite, habe mit ihm gesprochen, ihn gepflegt, seine Hand gehalten und seinen Kopf gestreichelt, sagte Rehan, sein Vater. Die Ärzte waren beeindruckt von seiner Überlebensfähigkeit direkt nach der Geburt. Kurz darauf wurde Parker einer Operation unterzogen, um die überschüssige Flüssigkeit aus dem Schädel abzuleiten und den Druck zu lindern. Schließlich konnten seine Eltern ihn nach zwei Wochen mit nach Hause nehmen. Vier Wochen später begann die Physiotherapie. Seine Mutter, Chris, enthüllte, dass es eine beträchtliche Zeit dauerte, bis er sitzen und den Kopf heben konnte, aber er überwand diese schwierige Phase schnell und begann zu laufen, was alle überraschte. Seine Eltern haben keine Worte, um zu beschreiben, was die Ärzte für ihren kleinen Kämpfer getan haben. Sie fühlten, dass das medizinische Team Teil ihrer Familie wurde. Heutzutage ist Parker ein ganz normaler Junge. Niemand könnte sich vorstellen, welche Schwierigkeiten er hatte, als er ein Neugeborenes war. Er ist kaum wieder zu erkennen. Seine Mutter beschreibt ihn als gesprächig und voller Liebe. Es ist offensichtlich, dass er all diese Liebe nicht nur von seiner biologischen Familie, sondern auch von seiner Krankenhausfamilie spürt. Und du, was denkst du über diese Geschichte? Teile sie mit deinen Freunden und Gruppen und bis zum nächsten Video.